Herzlich willkommen zum Spitzenspiel der C-Junioren Oberliga Hamburg. Der Tabellenerste USC Paloma empfängt den zweiten Eintracht Norderstedt. Das heißt auch die beste Defensive der Liga gegen die beste Offensive. Die Hintermannschaft der Hausherren bisher erst mit drei Gegentreffern, der Sturm der Gäste schon mit 28 Toren. Und die zwei Top-Teams halten sich gar nicht erst lange mit vorsichtigem Abtasten auf. Die Gäste in Rot spielen von rechts nach links. Erster Freistoß des Spießs. Und das 1 zu 0. Frühes Führungstor für den FCE. Und der Kapitän hat's gemacht. Tom Meyer, schon seit der U12 bei Norderstedt, ist der defensiver Rounder der Gäste. Aber Paloma verfällt jetzt nicht in Schockstarre. Der direkte Gegenzug. Toller Trick von Maurizio Carta. An allen vorbei und rein ins Glück. Die Antwort der Hausherren dauert nur Sekunden. Das ist der Ausgleich. Kater, erst im Sommer zu den Blauen gestoßen, war seit seinem Wechsel von Grün-Weiß-Harburg vor allem als Linksverteidiger unterwegs. Jetzt soll er auch offensiver punkten und gibt seinem Coach hier absolut recht mit dieser Entscheidung. Nach diesem frühen Ansturm auf beide Seiten beruhigt sich die Partie sichtlich. Paloma wirkt defensiv wie so oft sicher und sehr gut organisiert. Nur selten lassen sie den Gegner so zum Abschluss kommen wie hier. Aber da ist ja auch noch Schlussmann Philipp Grawitz. Kein Wunder, dass Paloma nur so wenige Gegentreffer kassiert hat. Nachdem sich beide Teams in der Folge eher belauern, springen wir damit auch schon in die zweite Halbzeit. Paloma erscheint erstmal weiterhin alles unter Kontrolle zu haben. Freistoß von Gerrit Grage und die dicke Chance auf die Führung. Die Offensive des USC ist die ganze Saison noch nicht zu uns rollen gekommen und diese Chancenverwertung spielt dabei natürlich auch eine große Rolle. Und es wirkt so, als wollen die Gäste das in der Folge bestrafen. Bei ihren schnellen Kontern schaffen sie es jetzt, die Paloma-Defensive auszuhebeln. Der Pass in den Strafraum, aber Grawitz! Unfassbare Parade des jungen Keepers. Seine große Stärke ist das 1 gegen 1 und das stellt er hier mal wieder unter Beweis. Wie früher beim Farmsender TV bringt er seinen Körper stark zwischen Gegner und Tor. Norderstedt drückt jetzt auf den Sieg. Klar, sie brauchen diesen direkten Vergleich, um in der Meisterschaft weiter dran zu bleiben. Aus 30 Metern einfach mal drauf, aber wieder Grawitz! Und der Nachschuss nochmal gehalten. Einfach nicht zu glauben, was der Junge alles hält. Er braucht jeden Zentimeter seiner fast zwei Meter Körpergröße, aber er hält hier das Unentschieden fest. Seit dem Sommer ist er beim USC und laut seinen Trainern hat er einen enormen Leistungssprung gemacht. Eine intensive Partie auf Augenhöhe, die ihrem Ruf als Spitzenspiel absolut gerecht wird. Die Defensive der Hausherren und vor allem Keeper Grawitz halten den Supersturm des Gegners bei nur einem Treffer. Der Abstand zwischen dem USC und seinen Verfolgern bleibt also gleich.